Mir Ditta, ich bin sehr froh über die Albaner in der Schweiz. Sie sind sehr patriotisch und man muss sagen, die besten Fussballer hätten wir die nicht, bei der Schweizer Nationalmannschaft gar nicht. Ein grosses Dank an die albanische Community in der Schweiz, die wirklich gut integriert sind, finde ich toll. Tolle Menschen, die auch alle hier eine Lehre machen, die nichts mit diesen afrikanischen Drogendealern zu tun haben. Ich finde das ganz toll, ich danke für den Fussball aus Albanien und wünsche euch alles Gute und bedanke mich.